Der Schock bedeutet für uns in der zentralen Notaufnahme eine sofortige dringliche Behandlung des Patienten. Der wird bei uns rot kategorisiert und kommt sofort dran. Wir unterscheiden natürlich unter drei verschiedenen Arten des Schocks. Wir haben einmal den Volumen Mangelschock durch Verlust von viel Blut. Wir haben einmal die allergische Reaktion, was bei uns auch als Schock gedeutet wird. Oder eben halt den septischen Schock, wenn ein Patient sehr hohe Entzündungsparameter am Körper hat. Gefährlich ist ja dabei allgemein die Zentralisierung des Kreislaufes. Das heißt, der Patient ist hochkritisch und muss sofort behandelt werden.